Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 13. Februar 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten wie gewohnt im Süden an der Dniprofront hinein in die neue Woche. Hier sehen wir weiterhin Artillerieduelle, vor allem an den Abschnitten um Kherson und um Kachowka. Es gibt auch vereinzelt Berichte, dass es nordöstlicher von Kachowka zu Artillerieduellen kommt. Das Ganze betrifft hier vor allem die Siedlungen Smiljewka, Milowe und Dudjane. Ansonsten keine weiteren Informationen von diesem Abschnitt. In diesem Sinne würde ich auch diesen Abschnitt erstmal überspringen und zwar in Richtung der Saporizhche Region, wo es etwas aktiver aktuell zugeht. Hier sehen wir von der russischen Seite heute aktivere Angriffe nördlich von Myrna in Richtung Seliznitschne. Also hier nochmal die zwei Siedlungen zu sehen. Einmal Seliznitschne westlich von Hulia Poli und einmal die Siedlung Myrna hier direkt an der Frontlinie aktuell vollständig unter der russischen Kontrolle. Es kam hier, wie ich schon in den letzten zwei Tagen berichtet hatte, zu Aufklärungsaktivität und zu lokalen weniger bedeutenden Gefechte am Boden. Jetzt heute das erste Mal die Information, dass die Russen in Richtung Seliznitschne angegriffen haben, wobei sich die Situation hier wie folgt abgespielt hat. Die Russen sind hier mit einigen Trupps rausgerückt und mussten sich dann im Zuge der ukrainischen Artillerie hier in Richtung Myrna zurückziehen. So aktuell mein Informationsstand. Ansonsten kommt es entlang der gesamten Frontlinie zu keinen Geschehnissen am Boden. Wie gesagt, Artillerie-Duelle, die russische Artillerie schwerpunktmäßig am Abschnitt um Riechow aktiv. Die ukrainische Seite versucht hier ebenfalls frontnahe Dörfer zu treffen. Vor allem der Abschnitt zwischen Vasilievka und Poloche, wo unter anderem die Dörfer Nesterjanka, Kopane, Robutne und Novoferdorivka getroffen werden. Die russische Luftabwehr war heute auch in Mariupol aktiv. Vermutlich wurde hier eine ukrainische Totschka-U-Rakete abgefangen, wie einige russische Quellen berichten. Soviel dann erstmal zum Süden. Wir bewegen uns weiter in Richtung Donetsk. Starten hier traditionell wieder im Abschnitt zwischen Vasilievka und Volokanovasilka. Hier sehen wir, dass die russische Artillerie weiter aktiv ist. Es werden hier die Städte Volokanovasilka und die Dörfer Zolotoneva, Protschistivka und Bohojavlenka beschotzen. Natürlich auch weiterhin die Stadt Vuchledar. Heute gibt es einige Informationen, dass die ukrainische Seite aktiver war. Und zwar kommt diese Information von einem militärischen Anführer, der Volksmiliz Donetsk, der aktuell in der Region um Vuchledar aktiv ist. Er behauptet, dass die ukrainische Seite in den vergangenen 24 Stunden links von Vuchledar, ich denke er meint damit westlich von Vuchledar, in kleineren Gruppen versucht hat russische Positionen anzugreifen und hinter die russischen Stellungen einzudringen. Das Ganze hat nicht funktioniert. Die Ukrainer erlitten hier wohl Verlust, zogen sich daraufhin zurück und aus Wut dieses gescheiterten Angriffs beschossen die ukrainischen Streitkräfte danach wohl mit Heimarschraketen einen russischen Gefechtsstand. Welchen Gefechtsstand das betrifft, wissen wir nicht. Allerdings sagt dieser militärische Anführer der Russen, dass im Zuge dieses Angriffs ein Stabsoffizier der Russen gefallen ist. Es gibt auch hier keine genaueren Informationen, von welcher Einheit dieser Stabsoffizier stammt. Er schreibt, dass die Ukraine den Russen damit einen Schaden zugefügt haben, aber dass die Russen daraus lernen und sich nicht unterkriegen lassen und dass hier auch in den nächsten Tagen eine Antwort kommen wird. So ungefähr aktuell die Situation in diesem Abschnitt. Wie gesagt, die russische Seite heute eher wenig aktiv. Vor allem von der ukrainischen Seite hören wir, dass in Richtung Pavlovka angegriffen wurde. Soviel dann erstmal zum Abschnitt um Wuchledar. Wir bewegen uns weiter in Richtung Donetsk. Starten hier wieder in Marinka. Hier gibt es eine kleine Veränderung. Das Ganze betrifft die Polizeistation östlich der Druschbistraße hier zu sehen. Diese zwei Gebäude wurden heute laut einigen russischen Quellen und auch laut Drohnenaufnahmen von der Volksmiliz der Region Donetsk eingenommen. In diesem Sinne haben die Russen hier einen kleinen Erfolg in Marinka, wobei man nach wie vor einige Häuser von der Druschbistraße entfernt steht und es hier weiterhin nicht danach aussiedelt, hätten die Russen hier eine Chance, in naher Zukunft die ganze Stadt einzunehmen. Die Kämpfe dauern hier weiter an. Wie gesagt, lokale Kämpfe um einzelne Gebäude in allen Abschnitt der Stadt. Auch im Süden hören wir weiter, dass gekämpft wird. Insgesamt aber beschränken sich auch hier diese Informationen auf diese Polizeistation. Und ansonsten haben wir erstmal keine weiteren Neuigkeiten von diesem Abschnitt. Was allgemein die Donetsk-Front betrifft, so berichtet die ukrainische Seite, dass die russische Artillerie deutlich aktiver geworden ist. Und wir können hier infolgedessen annehmen, dass es sich hierbei um Artillerievorbereitungen für die kommenden verstärkten Angriffe handelt, beziehungsweise für die kommende Offensive, die weiter prognostiziert wird. Es werden weiter die Dörfer Krasnogorovka, Bervomaiske, Avdzivka, Severne, Lasterchkene, Kamienka beschossen. Die ukrainische Seite hier ebenfalls weiter aktiv, vor allem was die Stadt Donetsk betrifft. Hören wir regelmäßig, dass die ukrainische Seite die Stadt betrifft, so gut wie jeden Tag. Hier wurde auch in den letzten 24 Stunden gezeigt, dass die Ukrainer ein Munitionsdepot der Russen im nordöstlichen Teil von Donetsk getroffen haben. Ansonsten erstmal keine wesentlichen Informationen in der Region um Donetsk. Wir gehen damit in Richtung der Stadt Bachmut. Hier starten wir natürlich kurz am Abschnitt zwischen Stubotschke und Devonivske. Was ist hier geschehen? Nun, die ukrainische Seite konnte wohl hier die Russen etwas weiter zurückdrücken von der T0504, die ja schon in Reichweite war in der vergangenen Woche. Es kam hier zu einigen Gegenangriffen von der ukrainischen Seite. Im Zuge dessen wurden die Russen wieder zurück in den Wald gedrängt. Wo genau aktuell gekämpft wird, kann ich nicht sagen. In jedem Fall konnten die Ukrainer hier einige 100 Meter Erfolge erzielen und die Russen wieder etwas in Richtung Süden, in Richtung Klischivka, verdrängen. Ansonsten sehen wir russische Angriffe in Richtung Ivanovske. Diese Angriffe bleiben allerdings erstmal weiter erfolglos. Die ukrainische Seite berichtet, dass alle Angriffe neutralisiert wurden, wobei die Russen hier regelmäßig und mehrmals am Tag angreifen. Wir hören im südwestlichen Teil bzw. im südlichen Teil der Stadt Bachmut, dass die Russen eine Stellung südlich des Mariupol-Friedhofs eingenommen haben. Hier dieser Abschnitt, hier in grün auch markiert. Aktuell kämpfen die Russen wohl in der Region bzw. auf dem Gelände des Friedhofs. Die ukrainische Seite wird vermutlich in den nächsten 24 Stunden hier einen Gegenangriff vorbereiten, um die Russen wieder in Richtung Süden zu verdrängen und hier die alten Stellungen einzunehmen. Das Ganze hatten wir schon mal vor knapp zwei Wochen gesehen. Deshalb auch meine Annahme. Aber ansonsten gibt es aus Bachmut keine weiteren Veränderungen, die gemeldet werden. Es wird gekämpft an allen Necken und Enden, aber die Ukrainer halten hier weiterhin die Front. Die russische Seite berichtet heute, dass ein Su-24-Kampfflugzeug der Wagner-Gruppe in Bachmut abgeschossen wurde. Soviel erstmal zum Abschnitt der Stadt selbst. Selbst nördlicher konnten die Russen gestern die Siedlung Krasnachora einnehmen und im Zuge dessen sehen wir jetzt mehr Aktivität in Richtung Paraskoviyevka und zwar südlich, östlich und nördlich. Hier russische Angriffe. Es gab allerdings keine wesentlichen Erfolge für die russische Seite. Sowohl im Osten als auch im Norden halten die Ukrainer weiterhin die Stellungen am östlichen bzw. am Rand des Dorfes. Im Süden sehen wir nun verstärkt russische Angriffe nicht mehr in Richtung des Bahnhofs, wie noch in etwa vor zwei Wochen, sondern jetzt verstärkt in Richtung der Siedlung Yachidne bzw. allgemein im nördlichen Teil von Bachmut hier erzielten die Russen hingegen einige Äußerungen der russischen Seite. Keine Erfolge nach meinen Informationen an diesem Abschnitt, wobei hier weiter intensiv gekämpft wird. Wir sehen, dass die Russen weitere Reserven in Richtung Blachodatne verlegen, um dann von hier aus weiter anzugreifen. Zum einen in Richtung Salisnyanske, zum anderen aber in Richtung Dubovovasiljevka. Und hier gab es auch in den letzten 24 Stunden wieder aktive Kämpfe, mehrere Angriffe von der russischen Seite in Richtung Dubovovasiljevka. Diese Angriffe wurden zum größten Teil zurückgeschlagen, allerdings hatten die Russen hier auch beschränkten Erfolg und zwar konnte man die E-40 Straße jetzt tatsächlich erreichen und hier einige Stellungen einnehmen. Und damit haben die Russen auch diese Straße bzw. die erste Straße hier vollständig physisch unter Kontrolle, wobei die Ukraine schon länger diese Straße nicht mehr verwenden. So aktuell hier die Situation, in jedem Fall können wir davon ausgehen, dass die Russen, da sie hier eben frische Reserven in Richtung Blachodatne bringen, weiter verstärkt an diesem Abschnitt angreifen werden. Nördlicher konnten die Russen in Richtung Vasiljevka ebenfalls Erfolge erzielen, auch wenn nur kleine Erfolge. Es wird berichtet, dass die Russen hier diese Gewässer erreicht haben, die wir hier sehen. Hier auch ein kleiner Bach. Die Russen konnten also hier diese Felder einnehmen und aktuell sehr nah an die Siedlung Vasiljevka heranrücken. Es wird sogar teilweise schon berichtet, dass die Russen in Vasiljevka stehen. Es kommt auch zu den ersten Gefechten. Der ukrainische Generalstaat berichtet heute zum einen auch, dass man russische Angriffe in Richtung Vasiljevka abgewehrt hat. Aber hier ist auf jeden Fall zu erwarten, dass der Druck in den kommenden Tagen hier weiter zunehmen wird. Außerdem sehen wir in Richtung Vasiljevka weiter russische Angriffe, wobei diese hier erstmal erfolglos bleiben. So auch der ukrainische Generalstaat mit seinen Äußerungen. Die russische Seite berichtet hier ebenfalls nicht darüber, dass sich die Frontlinie wesentlich verändert hat. Am Abschnitt um Spirne wird berichtet, dass die russischen Streitkräfte weiter in Richtung der Siedlung Vimka angreifen. Hier gab es auch keine Erfolge bzw. liegen uns keine genauen Informationen vor, wo aktuell gekämpft wird. Hier habe ich keine Vorstellung, deshalb leider keine genauen Informationen darüber, was Spirne betrifft. So beschießen die Russen aktuell neben Spirne auch noch die Siedlung Ivano-Daryovka. Am Boden keine wesentlichen Angriffsversuche. Wir sehen allerdings, dass die Russen um Bilohorivka deutlich aktiver werden. Hier berichtet der ukrainische Gouverneur der Luhansk-Region Haidai, dass die Russen gegen 4 Uhr morgens das Dorf von allen Seiten angegriffen haben. Die ukrainische Seite konnte allerdings die russischen Angriffe hier erstmal neutralisieren. Es wird aber erwartet, dass die russischen Angriffe, gerade was diese Siedlung betrifft, deutlich zunehmen werden. Auch wenn wir in den letzten Wochen schon regelmäßig Angriffe in Richtung Bilohorivka gesehen haben. Der ukrainische Gouverneur berichtet auch, dass man an der Luhansk-Front in den kommenden Tagen rund um die Uhr massive russische Angriffe erwartet. Am Abschnitt zwischen Kremina und Poloschanka hier zu sehen, wird weiter berichtet, dass die russische Seite angreift. Es kommt infolgedessen zu Stellungskämpfen in den offenen Feldern zwischen dem Abschnitt Poloschanka-Kremina und dem Abschnitt Dorske-Newske. Insgesamt kam es hier heute zu keinen Veränderungen. Die letzte Information, die wir haben, ist, dass die Russen Richtung Saritschne und Dorske vorgerückt sind. Das Ganze hatte ich gestern kurz erläutert. Die Entfernung ist nicht mehr sonderlich hoch, was diesen Abschnitt betrifft. Allerdings haben die Russen diese Siedlungen noch nicht erreicht. Und nördlicher, wie gesagt, aktuell eher in der Nähe von Poloschanka als in der Nähe von Nevske-Kämpfe. In diesem Sinne werden die Russen vermutlich hier das Tempo in den kommenden Wochen anziehen. Nördlicher kurzes Update, was den Abschnitt Kotliarivka-Kryslivka betrifft. Hier hatte ich gestern Abend gesagt, dass die russischen Streitkräfte Angriffe gestartet hatten in Richtung dieser zwei Dörfer. Nun, das Update, es liegen uns keine Informationen vor, die diese Informationen, die ich gestern geäußert hatte, bestätigen. Jedoch ist die russische Artillerie hier sehr aktiv und beschießt beide Dörfer in den letzten 24 Stunden mehrmals. Es ist also dennoch auszugehen, dass es hier zur Aktivität kommen wird. Aber aktuell, und ich möchte mich nochmal entschuldigen für die Falschinformation gestern Abend, gibt es hier keine Kampfhandlungen. Und zu guter Letzt der Abschnitt um Dvoritschna und Kryantkivka. Wir sehen, dass die russische Seite infolge der Erfolge in Dvoritschna weiterhin Richtung Kryantkivka angreift. Hier allerdings sehr zäh vorankommt. Es wird nicht nur in Kryantkivka selbst, sondern auch in den Waldgebieten nördlich und südlich des Dorfes gekämpft. Aber die Ukrainer können weiter die Siedlung halten. Insgesamt hier auch beide Seiten sehr aktiv, was die Artillerie betrifft. Ansonsten liegen mir von diesem Abschnitt keine neuen Informationen vor. Kobernske wird jetzt jeden Tag mehrmals beschossen von der russischen Artillerie, auch heute wieder betroffen. Soviel dann erstmal zur Situation am 13.02.2023. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne den Kanal abonnieren. Und ansonsten hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Abend.